Der Verfassungsausschuss lehnt die Ministeranklage gegen den Finanzminister Gernot Blümel ab und auch ein Antrag gegen die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, ebenfalls ÖVP, findet auch keine Mehrheit. Die Opposition hat den Antrag gegen den Finanzminister eingebracht, nämlich einheitlich gemeinsam die SPÖ, die FPÖ und die NEOS. Grund dafür war die verzögerte Aktenlieferung an den U-Ausschuss von Seiten des Finanzministers. Einen eigenen Antrag gab es lediglich von der SPÖ gegen die Wirtschaftsministerin. Hier war eben der Grund, das Prestigeprojekt, so wie sie es präsentiert hat, Kaufhaus Österreich. In beiden Fällen gibt es aber keine Stimmenmehrheit. Man bräuchte nämlich zumindest die Grünen dafür und diese haben in beiden Fällen abgelehnt.